Gähnende Leere hier im neuen asiatischen Supermarkt in Gießen, wobei es unter der Woche ist und ca. 12 Uhr. Von daher insgesamt denke ich schon, dass der Laden gut läuft. Die Auswahl ist richtig gut. Also alles, was das asiatische Herz begehrt, ist hier zu finden. Auf jeden Fall ein Besuch wert, meines Erachtens. Insbesondere das asiatische Bier-Sotie-Sortiment, nicht von schlechten Eltern. Und natürlich Süßigkeiten, frisches Obst, auch solche Obstsorten, die man hier nicht kriegt. Beispielsweise Mangosteen. Alles zu haben. Wie gesagt, gut sortiert. Und eine Ergänzung des Angebots in Gießen. Auf jeden Fall. Gungchi Fazai, Bumba und Alai. Bitte entschuldigt mein schlechtes Chinesisch. Etwas eingerostet. Ja, also asiatischer Supermarkt in Gießen. Wirklich ein Besuch wert.